Der Ford Puma ist ein bisschen kaputt gegangen vorne und wir sehen hier, wie soll ich sagen, wir sehen hier einen verbeulten Stoßfänger. Leider ist er geschweißt, das heißt man kann nicht mehr richten. Ich habe mir jetzt eine kleine Konstruktion aus allem, was ich gefunden habe, gebaut. Batterie, Wagenheber, Wagenstützen, Rollstuhl, Schlüssel, die das hier in Balance halten sollen. Und dann müssen wir jetzt mal schauen, was wir hinkriegen damit. Ja, übrigens, wer wissen will, wie die Stoßfänger abgehen, hier nebendrin sind 10er Muttern, bzw. 10er Ratsche und dann kann man da loslegen, rechts wie links. Und jetzt geht's ab. Hier, da, filmen wir. Halt mal fest, Andrea, einfach filmen. Das hier ist schon an. Ja, ja, herzlichen Dank. Ich habe übrigens keine Ahnung, ob es funktioniert. Auch nicht. Oh, es geht weiter. Ah, es kommt was raus. Und Falte, Tour. Oh, warte mal. Weiter. Einfach weiter. Ich glaube, wir müssen mehr mittig machen, der rutscht da unten ab. Der ist tipptopp mittig. Ne, ich meine hier, der kippt nach unten weg. Achso, dass wir höher erheben müssen? Ja. Ja, lass mal den Druck ab. Ja, das springt um. Lass mal den Druck ab, ich mach die Stoß. Sollst du nun einmal sein Arsch fotografieren, Film? Der ist auch schön, ja. Wenn sie mit Erde vorsteht. Eine, raste hoch. Marke, teilen. Da liegt ja nur 40 Kilo der Wagenheber. So, okay. Das ist jetzt wieder. Mag ich knoten da gerade nach, falls es noch aufgeht, der Knoten? Ne, geht nett. Na ja, da geht es ziemlich hoch. Alt gepumpt. Leicht gekloppt sind sie auf jeden Fall, aber wir hätten in DTW eher wohnen können. Das wäre mir das gleiche. Achtung, warte, 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 hier rutscht es. Lass mal den Druck ab. Ich mach's mal oben jetzt drauf auf den Plattenpunkt. So, nochmal. Punkt, ne, na, ist wie im Fitnessstudio. Noch nicht ganz so effektiv hier. Das ist mit einem Blutdruckmessgerät am Abend. Das... Musst du alles aufschreiben. Mach. Ich muss ja sagen, du hast ein Auto ausgebeult. Beim Arzt. Und gleich fliegen die Felsen drauf. Mach. So freist es halt ab. Komm mal, jetzt gibt es hier. Ist auf jeden Fall schön kontrolliert so. Soll das mal gut sein? Ich würd sagen, jetzt da drüber erstmal, dass das Obe hier rauskommt, ja? Also ihr seht auf jeden Fall, es funktioniert. Ihr könnt da euren Senf drunter schreiben dann. Es war auch nur ein Prototyp. Hebt man dritten den Fuß mit hoch? Den Fuß. Schiebe den Fuß rüber. So. Die Ende Kfz-Meister nennen sowas übrigens einen Riesenschaden. Scheiße, wir müssen jetzt hier unten drunter durchfädeln. Da ist ein Halter am Weg oder irgendwas von der Klima. Also ich sag mal so, ihr könnt ja dann weiterbasteln, dann wisst ihr jetzt, wie es geht. Ich mach jetzt mal aus. Nervt ihr? So. 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 So.